Und ja vielleicht auch noch was sein. Schau mal klopf mal da hoch für einen. Hmhmhmhmh. Ich hätte es mir auch definitiv ein Zeug machen können, aber ist ja scheißegal. Oben ist oben. Aber deshalb wollte er nicht so... PING! Gmockt! aber ist ganz nett hier muss man schon sagen schon ganz nett obwohl da ist gerne mit 3000 und sogar voller automatik ja los mit die los mit dieses aber auch noch so eine kammer das wäre der winter ist kein geiler lud ist war da bin ich hast jetzt müssen es alles alles beschissene was sie bis jetzt in der kammer reinkaut haben müssten sie jetzt wieder gut machen falls wir da wirklich zu einer kammer kommen und die blündern können etc da haben sie jetzt die chance alles wieder gut zu machen weil wir nur scheiße gekriegt haben nur scheiße jetzt haben sie wieder die zeit sie alles wieder gut nachholen können muss man ausprobieren Umso mehr ich es benutze, umso beschissener wird es, älteres Gefühl. Scheiß, kein Mini-Magier da. Aber dafür kann man wenigstens Schäfer und Weidenmeier machen. Aber es ist, äh, es darf heute aber auch nicht alles sein, was? Ist dann wieder ein bissel zu wenig für mich. Na komm her, bevor das Herzl da kommt. Schon wieder so behindert, oder? Alle wieder 61 und wir gehen in die Meier. Ja genau, 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 ja klar! Weil es sonst so schön ist! Gib den Uhren so, gib ihm! Die Blase muss platzen, die Blase muss endlich platzen bei den Uhren! Ja genau! Dass ich gleich mal wieder hin bin! Eklig war! Das muss ja ausgehen, das muss ja ausgehen! Schwach! Ich war noch schwach! Ah, das schaut schon gleich mal wieder viel besser aus! Das schaut schon viel besser aus! Ah, aber wenigstens wird ein bissel gefickt! Ja, komm her, Buhle! Na komm her! Okay, das ist ein bissel auch heftiger, aber... ...ja, geht schon mal her! Geht schon mal her! Hm! Da bin ich aber auch geflogen! Bis da jemand! Bleistieb! Bleistieb! Also ich hoffe, dass ich das aber rechtzeitig schaffe! Ja, safe! MMMM! Aber es leidet nur ein Hurenzwürfel, Leute! Das wird definitiv dann leider mal zu viel frei! Zwieg der Scheissdreck! Hm! Geh mir einfach mal die Leiche wieder umdrauen! Ja, dann mal! Geh Scheiße! Wieder so ein Scharfschütze! MMMM! Oarsch! Ganz Oarsch! Finde ich mal wieder interessant, dass der das geboost hat. Wo ich bin. Jetzt bin ich wieder arg. Du scheiß Hurensohn! Komm! Alter, der hat mich ja verfolgt bis aufs Blut! Scheiß, die waren dann! Gott, dass der nicht in mir drin war! Leck mir mal! Ne, die schießen da die ganze Zeit! Du hast ja gar keine Chance, dass du mir irgendwas siehst! Na, geh, leck mir mal was! Sexy! Hast du die Maske bei Wisch bestellt oder was? Oh, Giva! Einfach mal drüber gucken! Was? Stört mich auch nicht! Stört mich überhaupt nicht! Alter, was bist denn du für ein Trautpo? Pupp, da fuhr mal zweimal drüber! Aber du hast schon so ein Flair gehabt wie der... Na? Nemesis! Ja, so ein Gesicht wie ein Nemesis hat er! Na, Alter! Na, das ist ein Hit! Na, gefällt mir eh sehr gut! Na, gefällt mir eh sehr gut! Dann nehme ich es! Fällt mir schon sehr gut! Wir haben schon sehr gut rüber braucht den Resident Evil 3! Bis deppert! Mh... Wicke ich da... Da kann man wirklich nichts sagen! Er ist ja in Level 3! Hat mir schon mal gut gefallen! Ja, aber ist eh auch schon bekannt! Interessiert mich nicht! Na aber wirklich schade, dass er schon mit der Stufe aufgehört hat! Aber es ärgert mich schon ein bisschen! Haben wir da wirklich gedacht gehabt, dass wir da noch ein bisschen mehr erwarten können! Ist halt nicht so! Aber... Kann man?! Hallo?! Kann man?! Ich hoffe wirklich, dass ich es jetzt bloß nicht verbocken! Bloß nicht! Alter, ich habe jetzt relativ hohe Erwartungen! Ich hoffe es einmal von ihnen! Ich will sich jetzt bloß nicht verkacken! Ich will sich jetzt bloß nicht verkacken! Schaut gut aus! Mh... Mh... Fällt mir schon mal gut! Wir gehen in die kleinen Mini-Tierchen! Waren die schon mal relativ chillig? Die Waffe! Die Waffe! Die Waffe! Waren definitiv chillig! Aber jetzt! Oh! Okay! Ah! Schon wieder die Huren-Skeistern! Na geh! Na geh! Schauen wir, dass wir den klein mal als erstes Mal machen! Ich bin... Axt! Mit Axt! Ohhhh! Habt ihr das gesehen, das Detail? Oida, die hatte ich übrigens Angst mit der Schusswaffe! Na oida, was ist das hier? Das ist ja voll geil! Und einfach mit den Schülswaffen die ganze Zeit in der Hand. Ja voll geil! Oh, 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 wenigstens dass hier irgendein neuer Griff kommen! Hm, schön tief vorn! Perfekt, so habe ich sowieso die Gegner am liebsten! Ah, da bist du noch immer nicht neuer! Aber jetzt! Na schau! Der Hunsgeist! Oh, fuck! Oida, willst du mich verarschen? Na wort! Dann machen wir das gleich mal so! Hihi! Hm, nö, das nicht! Haha! Von hinten, Bitches! Oh, könnte noch ein bisschen länger dauern! Oh, moin! Bist du auch schon wieder so eine Kopie? Jaaa, billig Kopie von wie schna super! Da ist da noch weniger! Ist schon mal gut! Schon mal gut so! Komm, du scheißhundsnerviger kleiner Mini-Magier! Schwarzer Magier! Bist du ja das schwarze Magier-Mädchen! Und wichst da du! Deine Posse! Oh, das war dann definitiv kritisch! Bist du nahrisch! Das hat jetzt schon was kennen! Alter! Dein Scheißernst! Dein Scheißverfickter Ernst! Alter! Dein Scheißverfickter Ernst! Oh, bis sie! Oh, bis sie! Oh, bis sie! Alter, ja! Ich brauche noch die Zeit rufen, aber oi! Mhm, 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 mhm! Jaa, schlechter kann es ja nicht mehr werden, moin! Na, kann man schon mal machen, kann man schon mal machen, ja. Okay, passt, Pistolen aussehen und weiter geht's. Ja, Pistole war schon mal eine gute Entscheidung. Also gegen die Pistole kann ich nichts sagen. Schönen Schaden, gute Feuerrate, schönes Magazin, kann man auch nichts sagen, Anadresk, kann schon was. Oh ja, ich liebe es. Persönliches Lock, die ersten Experimente haben definitiv gezeigt, dass es eine Verbindung zwischen den Vorfahren, Artefakten und der Macht des Monsters gibt. Die Möglichkeiten sind endlos. Eleanor hat Bedenken darüber geäußert, was wir tun und nicht tun sollten. Aber ich kann jetzt nicht aufhören, wir können zu viel erreichen. Aber sie hat recht, ich darf niemanden... Sorry Leute, aber ich werde es halt jetzt ganz kurz ausnutzen und ich werde heute ein paar Sachen halt weggeben. Damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich was... Also... Ich sollte in einer heißen Fahne meine Sterne nicht zurückhalten. Wir haben immer wieder ein paar Sachen, die viele Leute nicht hier sind. Oh Gott sei Dank, ja nice, wir haben wieder Munition, wir haben perfekt, ja da, 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 tschüss. Und ihr wollt mich da so begeistern dafür und schau mal die Umgebung an und dies und das und jedes. Ihr könnt uns ja da treffen. Passt, folgt mir. Mh, mh. Alter, zwanzig, mh. Mh, mh, mh. Zwanzig bist du deppern, puh, ist kein schon langsam was. Zwanzig ist heftig. Ich bin gespannt, ob wir auch irgendwelche Wächter treffen. Und nicht nur Hurens Gegner. Also, zwar sind die Wächter eh auch unsere Gegner, aber ihr wisst, was ich meine. Die Gegner. Damit wir schön brav wissen. Komma, wir sind ganz nah. Nett. Ah, jetzt tut's weh. Wir haben auch gerade einen Kiepsel. Geben wir mal den Huren. Na geht, der schleicht sich. Der Wurensohn. Wieso schleicht er sich? Jetzt haben wir da auch noch einen Scharfschützen. Na gescheißen. Ja, was ist jetzt? Vorher schleicht's dir und jetzt hab ich's campen. Na geht, das ist ja der ärgste. Wabler. Der gehört hier nicht gemacht. Der gehört hier nicht gemacht. Gutes Herz. Gutes Herz. Hm. Da hat mir schon wieder Dach gehabt, dass sie mehr sind. Ahhhh. Teleport, hm? Hab's eh schon gemerkt gehabt. Huft schon mal aufs Knack. Hopfe. Werfe. Der Fleischstipp kümmert sich schon drum. Die sind ebenwürdig. Ich hab kurz gesagt. Der ist jetzt schon hin. Man hat nichts mehr auf der Karte gesehen. Der ist halt. Jetzt schwöre erkennt, der ist Meier. Alter. Wieso nehme ich mir das um 400 Schaden? Da kann ich auch gar nichts mehr machen. Da steh ich jetzt 20 Stunden. Da hat er mit dir ahnte, was genau auf Level 60 ist. Den Meier machen kann. Alter. Uh. Nein, 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 nein. Da hab ich mich eh. Jetzt hab ich mich eh angeschaut. Wehe dir, Kammer. Wehe dir. Da kommt was Schlechtes raus. Wehe dir. Das dürfen sie jetzt safe nimmer machen. Wir werden schon hinkommen. Wir werden schon hinkommen. Wir werden schon hinkommen. Das weiß ich. Hey, hey. Bin ziemlich sicher, dass da irgendwo eins der Geschenke liegt. Nicht sie hin. Ah, praktisch. Passt. So, dann schauen wir mal herunter. Oh. 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 Oh, ja. Das. Hm. Ist aber schlecht. Ja. Du Scheiß. Komm zu mir, mein Freund. Ich wollte ein bisschen Geld ausgeben. Hm. Ja. 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 Ich wollte ein bisschen Geld ausgeben. Wie bitte? Wie bitte? Wie viele wir da aufopfern müssen, ist ja nicht mehr normal. Leck mich. Kann froh sein, dass ich da überhaupt noch was mache. Ähm. Wo ist das uns geschenkt? Anna, Bräder. Gott sei Dank. Das ganze Kälte. Ja, aber was hätten wir denn? Was ist das denn? Und ich habe es auch so. sehr sehr weit das muss man auch mal erwähnen da würde ich wirklich sehr weit gehen bist du ist dann wirklich schwer da eine grenze zu finden was zu fischen zu fischen ok wieso nicht einfach mal zu fischen alles klar das ist schon wieder so ein wichser ok aber schick von nah legt mich doch gemein du wohnen sohn oder das war ein magazin perfekt kann man wieder schön machen schon mal gut